das muss jetzt wohl hochpitchen oder rauspiepen ich hab Aufnahmestopp kurz gemacht ach oder so so wir waren hier Tür auf natürlich geht die nicht Tür auf geht die nicht Tür auf alter ich bin bester Deutschredner ich guck mal was noch so auf YouTube verboten ist ich will aufnehmen und ich suche hier noch einen Schlüssel ich hab keine Ahnung ich möchte nur gucken, damit ich nicht verboten sammle die Schlüssel spawnen immer neu an irgendwelchen Stellen das ist voll gemein hab ich das Gefühl kann das sein? und es wird schon wieder dunkel ich hab Angst im Dunkel so, Alter ist das dunkel schon wieder ich bin da ein bisschen komisches Bild gleich schon wieder 10 Uhr nachts so tja im letzten Part hat er irgendwie nach einer Zeit was gesagt oder einen Tipp oder so gegeben Hirlow keine Ahnung aber ich seh schon wieder gar nichts ey das ist krass wie dunkel das ist das ist echt nicht schön hier war ich eben ja hier war ich eben n aber auch damit ich habe keine Gamer Musik er trotzdem ich glaube sei so nett ganz ganz und nicht aufnehmen das ist ein anständiges Intro ne das nehme ich dir jetzt über ich sehe nichts ich sehe nichts ach so war ich vor der Tür ähm es klingelt an der Tür ich weiß nicht ob ich da hingehen soll soll ich an die Tür gehen ich habe Angst da steht jemand da steht jemand ich habe mir übrigens äh Dings geholt klopf nicht ich mach auf Evolent und Dark Souls ja was hat das jetzt gebracht stand hier draußen so eine alte Truller und hat geklingelt jetzt dachte ich komme meine bestellte Pizza dann n n n n ja mann der Schlüssel passt cool komisch als ich bei dir war haben nicht einmal Stress gemacht damit sie Alter deine Anwesenheit gefürchtet zu Recht ich bin bekannt als ähm 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 Erschweißen Killer ja ja die Tür ist verschlossen finde den passenden Schlüssel es war so klar du kannst nicht zufällig ein gutes spiel aufs team für 2 57 oder günstiger ja doof streichhals aber ich habe noch ein stück das reicht als zehn kann ich ja nicht tragen sie was ist das denn macht es nur verziehung bei der bergung bei der bergung bei sich gar nichts das ist schlimm eine seite das war dann schnell vierte tag ist ganz lang auf das wird ein kurzer paar Nein ich habe eine Batterie nachgelegt Mist das wollte ich noch gar nicht Naja ich hab den zettel auf Batterie ist okay und zettel es ich muss mal kurz gucken ob Gott schon wieder da ist ich glaube aber dass es sich nur eingebildet hat oh die Dose dann ja das war Tag 4 das ging doch relativ schnell Tag 5 ich weiß nicht soll ich jetzt noch einen Tag machen das ging ja schnell eigentlich nee ich mache hier einen Cut bis zum nächstes Mal mit Pineapple Drive okay das war jetzt kurz ja ich weiß aber ich will dass das Spiel ist auch nicht gerade lang ich möchte schon ein paar Parts davon haben deswegen mache ich wahrscheinlich immer so eine Nacht ein Part das war wirklich kurz egal egal dann ist es eh mal ein kürzerer Part bis zum nächsten Mal tschüss tschüss